Gibt's das deutsche Wort? Jetzt wird's romantisch hier in Wedding. Das ist wirklich so gute, schnelle Mahlzeit. Mit ihm viele Gemeinsamkeiten. Das ist erstens die Vergangenheit, zweitens die Musik und drittens, er hat ein geiles Herz. Und ich dachte gerade, Charo verarscht mich. So, Friends, wenn der Charo in dem Ghetto kracht, ist er hier bei Massiv voraus. Habibi, danke für die Einladung. Heute werden wir auf Massiv seinen Nacken sehr lecker Pizza-Pasta-Salat wechseln, oder? Ja, komplett paket. Du willst uns heute dein Lieblingsrestaurant vorstellen? Hier in der Hood? Ja. Hier in der Hood, hier in Wedding. Und es ist für jeden, für groß, für klein, für arm, für reich. Also jeder ist dort anzutreffen. Das hört sich sehr gut an und wir nehmen das Ganze gemeinsam unter die Lupe. Habibi Massiv, Pipa Saar. Ein legendärer Laden hier in Wedding. Wedding, Amrumer Straße. Amrumer Straße 7, glaube ich. Sieben? Ne, zehn. Amrumer Straße 10 in Wedding. Genau an der U-Bahn-Station. Genau da an der U-Bahn-Station. Herr Christian zeigt euch gleich nochmal ein, zwei Bilder. 350 Meter Luftlinie entfernt vom Leopoldplatz, vom Herz von Wedding. Ein Laden für arm und für reich, für jedermann. Und hat wirklich mit Abstand die besten Nudeln in Berlin. Nach deinen? Nudeln? Nudeln? Du hast doch diese verbrannten Spaghetti. Du hast doch davon geschwärmt. Die sind von Mama. Ah. Da wapp, da wapp, da wapp, da wapp. Wo komme ich natürlich nicht so gut hin, aber die essen wir auch irgendwann zusammen. Die werden wir safe auch machen. Und was ist hier dein Favorit-Gericht? Äh, Pipasa heißt das Gericht. Pipasa Taquettele mit leicht scharf für mich. Leicht scharf, ja. Mit normaler Schärfe ist für dich. Sag mal, hört sich gut drauf. Genau. Bisschen Parmesan drüber. Mhm. Feierabend. Dein Café ist ja auch nicht ganz weit weg von hier. 75 Meter Luftlinie. Genau. Ein, zwei Minuten Fußgang. Und dich trifft man dann auch öfters hier. Ja, wiederum bestellen wir aus dem Laden auch manchmal von hier. Und die bringen es uns. Das geht auch relativ schnell. Oder man läuft halt bei gutem Wetter immer schön her. Jetzt hat es gerade aufgehört zu regnen. Wir sitzen hier. Mitten auf der Straße? Unbedacht, ja. Ja. Unbedacht, genau. Gibt es das deutsche Wort? Unbedacht. 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 Klatschen. Mit den Nuss damit. Jugendwort des Jahres. So, Habibi, dann lass uns noch vorschlagen. Gibt es eine Vorschmeise oder gibt es nur bei dir ein Gericht? Das ist eine Gericht. Bruder, das ist kein Drei-Gänge-Menü. Das ist ein Essen, das dich satt machen soll. Und danach gehst du weiter auf die Baustelle. Ja Allah. Bismillah. Bismillah. Bestellen wir, wa? Ich bestell, wa? Du bestellst. Bruder, ich übernehme das Bestellen, ja? Okay. Äh, Pee-Pasa, Taquiatelle. Ja. Pee-Pasa, Taquiatelle. Genau. Bei mir ein bisschen scharf. Bei ihm so scharf, wie ihr es traditionell macht. Okay. Und ein kleiner Teller Parmesan dazu, Bruder. Und wenn du hast, vielleicht noch mal so ein paar Pizzabrötchen als Vorschmeise. Ja. Habt ihr sowas nicht gemacht? Ohne Vorschmeise. Froschetta, wenn du noch. Froschetta? Ja, Froschetta. Er will diese Harakat, Bruder. Und zwei Cola Zero. Ja, Mann. Das ist eine gute Idee. Kennst du das? 20 Cheeseburger und eine Cola Zero? Ja. 12 Cheeseburger und eine Cola Light. Ja. Aber es ist wirklich so. Selbst wenn ich Cheat-Days habe, jetzt zum Beispiel sonntags. Wenn ich dann wirklich reinhaue, trinke ich trotzdem Zero-Getränke. Das ist bei mir auch so. Ich bin schon da drüber, also. Ja. Ich reg mich manchmal auf. Manchmal sage ich zu meinem lieben Flo von mir, hol mir mal eine Coke Zero. Und der macht das immer in Affekt und stellt mir immer eine Originale hin. Um dich auf die Palme zu bringen. Weiß ich nicht, warum der das macht. Warum machst du das, Flo? Gute Frage. Er will dich als Freund verlieren. Er tut alles dafür. Oder er will mich wieder so in Form sehen. Also du bist gerade in Form, oder? Jetzt gerade bin ich gut dabei. Wie ist das zu dir? Super. Also ich bin jetzt von letztem Mal, wo ich bei Beast Kitchen war, da war ich 114,5. Jetzt bin ich 101. Wow. Ja, ja. Ich bin richtig runtergeschreddert. Ich muss auch sagen, du bist wirklich einer der wenigen Künstler, der sehr früh aufsteht. Ja. Also ich habe eine innere Uhr. Jeden Tag um 6 Uhr, 6.30 Uhr. Also sogar wenn ich um 4 Uhr ins Bett gehe, wenn ich von Reisen komme oder so. 6.30 Uhr bin ich wach. Das sehe ich immer wieder. Und dann, wenn ich dich erreichen will, sage ich immer, ich rufe da am besten 8 Uhr morgens an. Das tut mir auch leid. Er ruft mich dreimal an, dass ich im Gegenzug einmal zurückrufe. Allein, alles gut. Aber ich versuche mir das immer zu notieren. Beim Training lasse ich mich auch ungern stürmen. Ja? Ja. Ja, ja. Aber ich weiß, mein Training ist jetzt gerade da. Jetzt kann ich den erreichen. Ja. Habibi. Beim nächsten Mal gehe ich dran, Bruder. Direkt, direkt, direkt bei dir. Ihr wisst Bescheid. Ich muss auch dazu sagen, ich sage momentan, ich kriege wirklich hunderte Anfragen mit Klimmzug-Challenge und was weiß ich alles. Und ich sage wirklich alles ab. Aber bei dir, ich kann nicht Nein sagen, ich weiß nicht. Eventuell kommst du von deinem ehrlichen Lächeln oder von deiner charmanten Art. Auf jeden Fall hast du immer was Gutes bei mir. Danke, danke. Ich küsse deine Augen. Danke, das ist sehr schön zu hören. Das geht gerade runter wie Butter, wirklich. Wie Öl. Wie viel Leben lang. Ja, oul. Oder palestinensisches Öl. Palästinensisches Olivenöl. Olivenöl, genau. Mit handelesenen Oliven. Legst du darauf Wert? Also erkennst du den Unterschied bei Olivenöl? Nein. Ich bin der raus. Olivenöl. Ich doch, gutes Olivenöl, erklär man ihn. Ich habe mal das beste Olivenöl probiert und dann nebenbei was Olivenöl probiert, das meine Mutter in einem ganze Club Neue reinmacht hat. Ja. Und das beste Olivenöl war dann für mich so bitter mäßig. Bitter. Und scharf. Das ist aber geil. Das ist geil. Und guck mal, so hochwertiges Olivenöl, nur ein bisschen auf dem Teller, Salz, Pfeffer, gutes Brot, nur so und Essen. Genau. Mein Opa frühstückt seit 50 Jahren jeden Morgen einen kleinen Teller Olivenöl, ein bisschen Sartar nebendran und mit Löffel. Macht den Löffel in Olivenöl. Ohne Brot? Ohne Brot. Und dunkt das in Sartar und so. Bei uns sagt man, bei mir im Elternhaus sagt man, Sartar ist auch gut fürs Gehirn. Ja. Sartar ist so ein Wunderding. Ja, ja. Von der Natur aus haben wir wirklich sehr viele Lebensmittel, die gute und heilende Kräfte haben. Genau. Voll. Ja, Mann. Ich musste in die Küche. Ich wollte euch nicht unterbrechen, aber du weißt. Ach so, du musst in die Küche. Ja, okay. Tristan musste in die Küche. Ich wollte noch ein paar Bilder sehen, wie das Ganze schön zubereitet wird. Tristan, das ist jetzt dein Pfad. 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 Dankeschön. Muss man das so mischen? Ja, ja, Bruder. Erstens, dass du dich nicht verbrennst und zweitens, dass die Soße die Nudeln annimmt. Das ist ein Clou. Schön mischen, damit das schneller abkühlt. Ja, was willst du machen? Boah, das wird so heiß. Aber ich liebe heißes Essen. Ja, kannst du? Ja, ja. Ich bin anti-heiß, Bruder. Weil ich esse eigentlich so 80 Prozent meines Essens kalt. Ich mag es nur kalt. Ich mag auch keine Sachen, wieder warm zu machen. Ja, das mache ich nicht. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, wenn das Essen schön heiß ist. Biss mal rein damit. Das ist aber ein Gericht, da kommst du nicht wieder von 101 auf 114 hochkommst. Was soll ich machen? Heute gibt es kein Essen mehr, Bruder. Heute kein Essen mehr? Nein. Kein Sekt Plus Shake? Nein. Auch kein Sekt Plus Shake? Nein, nein. Vielleicht noch einen Riegel, bevor ich schlafe. Nein, lass die Riegel weg, Mann, abends. Ja? Ja, Mann. Riegel ist gut für Auto, für unterwegs. Hält dich gut satt. Abends, bevor du gleich schlafen gehst, Sekt Plus Hydrolysat. Ist gut? Ja. Whey Hydrolysat, ja. Das ist gut. Es ist wirklich sehr, sehr cremig. Und was liebst du so besonders an dem Gericht? Das ist die Sauce, das ist sehr, sehr intensiv. Die ist krass cremig. Wirklich, sehr, sehr krass cremig. Wirklich so, wirklich wahrnehmen. Also die hängt nicht einfach nur drüber oder so. Wow. Jetzt wird es romantisch hier im Wedding. Parmesan? Gut so? Ja, ja, Bruder. Manchite schmeiße ich das alles rein. Ja, eine leckere Bouchetta. Die ist frisch, Mann. Die ist richtig frisch. Seit wann hast du hier dein Café? Jetzt schon ein Jahr. Seit ein Jahr? Ja. Und kanntest du diesen Laden auch vorher? Ja, natürlich. Ist ein sehr bekannter Laden. Du bist auch einer der Künstler, was ich wirklich immer so richtig schön feiere. Du bist in der Hood. Ich bin in der Hood. Und ich mag es nicht, an Orten zu gehen, wo es darum geht, sehen und gesehen. Ich fühle mich da nicht wohl. Und ich gehöre da auch nicht hin. Und wenn ich merke, dass ich irgendwo nicht hingehöre, bekomme ich Fremdschämen. Und dann ziehe ich mich lieber zurück. Und dann gehe ich lieber nach Hause. Also ich bin auch hier in Berlin wirklich nur an so Orten. Ja. Kann man sagen, hier, Wedding ist dein Zuhause? Ja. Sehr schön. Und wie ist es bei dir, Bruder? Du bist überall, wa? Ich bin überall. Überall muss Langusten. Ich bin überall. Langusten oder Fischstäbchen, dir egal. Ja, ja. Ich muss dir aber auch sagen, so ganz schicke Läden, so so wirklich krass schicke Läden ist auch nicht so meins. Ich fühle mich unwohl. Weißt du, so wie du gerade gesagt hast, das Schamgefühl fühle ich mich wirklich unwohl. Hey! Alles klar, Bruderherz. Wie geht's? Alles klar? Alles klar? Alles klar, wie bei dir. Ach, La Shadow, Bruderherz. Komm, schnapp dir was, Bruder. Ich habe gerade gegessen. Komm, eine Broschetta von der Seite. Ja, man. Guten Appetit, Bruderherz. Und? Fresh, ne? Sehr gut. Sehr gut. Nice, Mann. Bester Mann. Das ist wirklich so gute, schnelle Mahlzeit. Voll. Ich hatte ja letztens auch so ein romantisches Treffen mit Manuelsen gehabt. Ja. Wirklich sehr nice. Beste geht raus. Und da haben wir ein bisschen über das Album geredet. Wir finden das sehr stark, dass man auch die Hood und das Ghetto und nicht das Materielle in eure Musik widerspiegelt. Und das zeigt wirklich auch, wie real ihr seid. Also ich muss auch dazu sagen, von meiner Seite her kommt auf diesem Album nichts Negatives. Und keine Fäkalsprache. Ich halte mich da komplett an meine Linie. Und das Album vom Klang her ist wirklich etwas, was auch viele Leute, viele Leute haben darauf gewartet. Und massiv, wie wir den kennen. Ja. Und viele Leute haben auch nicht damit gerechnet, dass wir beide so eine Art von Musik gut ketschen können. Das habe ich dir letztens schon mal privat gesagt. Ja, hast du mir gesagt, ja. Wir und Manuel. So diese Kombo, das ist mega. Ihr wart ja auch nicht immer die besten Freunde. Weißt du, wie ich meine? Wir waren ja richtig verfeindet damals. Mhm. Zwei, sechs, sieben, acht. Mhm. Und dann haben wir uns vertragen. Und dann sind wir Freunde geworden und jetzt Brüder. Habt ihr gemerkt, die Gemeinsamkeiten sind sehr nah? Ja, natürlich. Ich habe ja mit ihm viele Gemeinsamkeiten. Das ist erstens die Vergangenheit, zweitens die Musik und drittens, er hat ein geiles Herz. Ja, Mann. Und du auch, Habibi. Danke dir, mein Bruder Herz. Aber er hat ein geiles Herz und mit ihm kann man schöne Gespräche führen. Absolut. Natürlich ist er verrückt. Genauso wie jeder andere auf seine Art und Weise verrückt ist. Aber das mag ich auch an ihm. Verrückt würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde ihn mir ein bisschen so als impulsiv beschreiben. Er lässt sich schnell zu Sachen verleiten, worauf er eigentlich gar keinen Bock hat. Aber jetzt nicht mehr so wie damals. Das stimmt. Er ist erwachsener geworden. Er ist wie neu beflügelt. Ja. Das verbrannte Spaghetti. Ja. Das legendäre verbrannte Spaghetti, was du mir bei B's Kitchen erzählt hast. Die Kommentare sind ja wirklich aus allen Nähten geplatzt. Für die Leute, die nicht wissen genau worum es geht, schaut euch die B's Kitchen Folge an. Massiv, zu Hause, wenn du kochst. War das richtig? Was heißt, wenn ich koche? Wenn meine Mama alles gekocht hat. Wenn deine Mama, aber... Da war es mein Lieblingsessen. Verbrannte Spaghetti. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verbrannte Spaghetti. Komplett schwarz angekohlte Spaghetti. Meinst du, wir kriegen das Rezept und dass ich dich nochmal bei B's Kitchen reinbekomme, dass wir das gemeinsam kochen mit Manu Abi? Mich hast du jetzt schon mal? Ja. Ja. Wenn Manu davon Wind bekommt, dass wir verbrannte Spaghetti machen, dann macht er sein Handy aus. Scheiße. Manu, ich mach dir schönstes Stück Steak. Wallah. Tweet-Tipp von Josefs Bio. Lass dich überraschen. Schleif schon mal deine Zähne, Bruder. Schmeckt wahr? Ja, Bombe. Wallah, sehr gut. Ich find's auch jetzt nicht zu scharf. Du isst überhaupt gar kein Scharf? Null, null. Null. Ich muss dich mal mit Marc Gebauer für Trott machen. Warum? Der hat erstens geile Uhren. Ja. Und zweitens, wenn du dich einmal mit denen getroffen hast und einmal gestern hast... Ich kenn den ja, aber gegessen hab ich noch nicht mit ihm. Noch nicht? Danach willst du nur noch scharf essen. Warum? Weil er ist ein ganz scharfer Typ. Und seitdem wir den Marc das erste Mal getroffen haben, hier die beiden Atzen, die gerade hinter der Cam, der Flo und der Tristan, die essen alles seit neuestem auch scharf. Oder seitdem wir Marc kennengelernt haben. Warum bei seinem Scharfanlass? Der hat so seine gewisse Art und Weise, wie er dich dazu lockt, dass du in scharfe Essen reinbeißt. Was esst er zum Beispiel? Erzähl mal. Wusstest du, dass Marc, Grüße gehen raus übrigens, wenn andere Alkohol trinken und sich Drogen in den Kopf wieder feiern, ne? Marc, sein Ritual, der nimmt sich wirklich scharfe Chilischurpen oder eine scharfe Soße und gibt sich das. Was? Der genießt diesen Trip, diesen scharfen Trip. Ohne Scheiß. Für die Leute, die das auch nicht ganz abkaufen, schaut euch mal, wer ist schärfer mit mir und Marc. Da gibt es wirklich Szenen, wie der sich da reinpfeift. Wo wir alle am Gripieren sind, ist der am Meditieren und genießt den Kick. Das ist krass bei Marc. Ehrlich. Der genießt das richtig. Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Wo andere sterben, ist der das wirklich krass am Genießen. Grüße geh raus, Habibi. Aber wenn er jetzt was isst, macht er auch was scharfes drauf? Ja, immer. Ja, ja. Das gehört zu dem. Aber sein Level hast du nicht, wa? Bei Wer ist Schärfer 2 habe ich den, glaube ich, geschlagen. Äh? Glaube ich, glaube ich. Wettkampfmäßig. Aber im Alltag ist so sein Level dann anders. Wie meinst du sein Level? Er liebt das ja. Er liebt das. Aber bei dir ist ja irgendwann dann Stopp in Kombination mit Essen. Ja, ja. Das meine ich ja. Bei mir ist Stopp. Wenn ich Stopp sage, leg der nochmal einen drauf. Der ist verrückt. Der ist wirklich verrückt. Hätte ich niemals gedacht. Mhm. Auch ein sehr feiner Kerl. Super. Ich mag ihn sehr. Ja, ja. Und ich dachte gerade, Schado verarscht mich. Womit? Mit den vorgekochten Nudeln und den Kalorien. Erzähl das mal bitte den Fans. Das ist kein Witz. Oder das können die Leute auch in den Kommentaren bestätigen. Wenn die Nudeln vorgekocht sind, nochmal abgekühlt und du wärmst sie danach nochmal in kochendes Wasser auf, haben die weniger Kalorien. Wahnsinn. Kein Witz. Und genauso ist das auch mit dem Reis. Wenn du den öfters vorher wäschst, bevor du den kochst, hat er auch weniger Kalorien. Krass. Weil Stärke geht verloren. Und ich muss sagen, hier der Bré, der Pipasa. Pipasa ist richtig? Ja, Pipasa, ja. Der hat auch die vorgekochten Nudeln. Und für die Shavabs und Banas, die am trainieren sind, ihr könnt ohne Bedenken, ihr könnt ohne Bedenken diese leckeren Nudeln euch wegsnacken. Und ihr seht auch, wie lecker das war. Die Teller sind wirklich lecker. Ein Manko habe ich. Ja. Pizzabrötchen gefehlt. Damit ich die Soße nochmal schön so wegpulze. Die bringen wir nächstes Mal vom Pizzamax mit. Damit der Teller so poliert ist wie unsere Glatzen. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Hat gefehlt, hat gefehlt. Das hat gefehlt. Habibi, ich danke dir für diese tolle Einladung. Ich danke dir für deine Zeit. Unter dem Himmel vom Wedding. Unter dem Himmel vom Wedding. Einmal die Käm hochhalten. Und der Mond, der ins Ghetto gebracht ist. Ja, Mann. Wirklich. Sehr, sehr romantisch hier im Wedding. Ich danke dir. Fehlt nur noch eine Kerze in der Mitte. Hat gefehlt. Oder Plastikrosen. Bei Manuelsen hatte ich Plastikrosen. Hab ich gesehen. Schön in der Mitte sind. Hab ich gesehen. Ja, ja. So einen schönen Flieder. Das war sehr, sehr romantisch. Geil. Habibi, vielen, vielen lieben Dank. Und ihr Leute, wenn ihr wollt, dass massiv nochmal bei Biscuitchen vorbeikommt. Die verbrannten Spaghetti, knallt die Kommentare voll. Wir machen es. Bei 10.000 Likes aber. 20.000. Ach nee. Verbrannte Spaghetti. Ja, Mann. Ist nicht ohne. Nee. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.